Der Tod erwartet uns auf unserem Weg zur Quelle der ewigen Jugend. Ihr könntet eine Expedition leiten. Ihr seid Jack Sparrow. Fehlt da nicht irgendwo ein Captain? Es kursiert das Gerücht. Jack Sparrow ist in London. Er sucht nach der Quelle der ewigen Jugend. Sei kein Trottel, Jacky. Die Quelle wird dich prüfen. War das wirklich nötig? Gentlemen, es geht um die Quelle. Mehr Jungfrauen weisen uns den Weg. Bereit, wenn sie es ist. Was hast du vor, Jack? Nur zur Info. Wir übernehmen das Schiff. Ist nichts Persönliches. Du hältst dich einfach daraus, indem du dich... ...einfach daraus hältst. Die Reise birgt viele Gefahren. Als erstes, mehr Jungfrauen. Zombies. Blackbeard. Der Pirat, den alle Piraten fürchten. Wenn ich die Quelle nicht erreiche, wirst du es auch nicht. War das alles? Bist du schon? Es hat begonnen. Erneut! Sind wir nicht Männer des Königs? Wieso musst du immer mit etwas Scharfem auf mich zeigen, wenn wir uns begegnen? Genau so kenne ich Jack. Hempf ist schon mit der Lende! Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwo runter guckt und springen will? Ich hab's nicht. Haben das auch alle gesehen? Weil ich das nicht nochmal machen werde!